Was ist Psychogenepolydipsie? Psychogenepolydipsie ist eine Erkrankung, bei der Patienten einen unkontrollierbaren Drang haben, zu viel Wasser zu trinken. Der Begriff Polydipsie bezieht sich auf zu viel Wasser trinken und der Begriff Psychogen bezieht sich auf die Tatsache, dass der Wunsch, Wasser zu trinken, auf eine psychische Störung zurückzuführen ist. Zu den Symptomen zählen vermehrter Durst, vermehrtes Wasserlassen, Übelkeit, Erbrechen, Verwirrung und Anfälle. Die Behandlung der Erkrankung hängt von der Einschränkung der Flüssigkeitsaufnahme des betroffenen Patienten ab. Es ist wichtig, die Erkrankung von anderen Krankheiten zu unterscheiden, die sie nachahmen können, da die Behandlungen variieren können. Patienten, die von Psychogenepolydipsie betroffen sind, haben typischerweise andere koexistierende psychiatrische Zustände, wie Schizophrenie, bipolare Störung oder Depression. Der Grund, warum Patienten, die von der Störung betroffen sind, unstillbaren Durst entwickeln, ist nicht gut verstanden. Es wird jedoch angenommen, dass sie aus den neurochemischen Ungleichgewichten herrührt, die mit ihren zugrunde liegenden psychiatrischen Erkrankungen zusammenhängen. Patienten mit dieser Erkrankung trinken normalerweise mehr als 10 Liter Flüssigkeit pro Tag. Die Symptome der Psychogenepolydipsie können variieren. Oft versuchen Patienten die Tatsache zu verbergen, dass sie so viel Flüssigkeit trinken, so dass andere Personen in ihrer Umgebung möglicherweise nicht bemerken, dass sie so viel Wasser aufnehmen. Wenn der Zustand über einen längeren Zeitraum andauert, können Patienten einen Zustand entwickeln, der als Hyponatriämie bezeichnet wird. Hierbei handelt es sich um ein Elektrolytungleichgewicht, bei dem die Natriumkonzentration im Blut zu niedrig ist. Symptome dafür können Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Verwirrung oder sogar Anfälle sein. Andere Symptome einer Psychogenepolydipsie sind verstärktes Wasserlassen und psychiatrische Symptome. Der Prozess der Diagnose eines Patienten mit Psychogenerpolydipsie umfasst die Ermittlung einer detaillierten Vorgeschichte, die Feststellung, ob psychiatrische Störungen vorliegen, das Erlernen der Medikamente, die der Patient einnimmt, und die Durchführung von Labortests. Patienten mit dieser Erkrankung entwickeln häufig niedrige Natriumspiegel im Blut. Sie produzieren auch reichlich verdünnten Urin. Die Diagnose wird durch einen überwachten Wassereinschränkungstest bestätigt, bei dem Patienten nichts trinken dürfen. Wenn die Natriumkonzentration im Blut ansteigt, nachdem den Patienten das Trinken verboten wurde, kann die Diagnose bestätigt werden. Es ist wichtig, Psychogenepolydipsie von anderen Erkrankungen zu unterscheiden, die ähnliche Laboranomalien verursachen können. Das Syndrom der unangemessenen Ausschüttung von Antidiuretikum kann auch dazu führen, dass ein Patient einen niedrigen Natriumspiegel im Blut entwickelt. In diesem Zustand befindet sich jedoch typischerweise eine höhere Menge an Natrium im Urin und die Hyponatrienämie verschwindet typischerweise nicht sofort, wenn der Zugang zu Flüssigkeiten eingeschränkt wird. Andere Erkrankungen, die eine Psychogenepolydipsie imitieren können, sind Etstasyintoxikation, Pseudohyponatrienämie und Belastungshyponatrienämie.